Dauern sich Werbung von diesen wassersparenden Duschköpfen und habe deswegen mal einen für dich getestet. Der Strahl sieht schon mal cool aus und fühlt sich kräftig an. Es gibt verschiedene Einstellungen und einen Stoppschalter. Diese Spirale soll den Druck erhöhen. Ich sage, das tut sie nicht und die Physik sagt das auch. Aber die Düsen sind kleiner als bei anderen Duschen, dadurch sind die Wasserstrahlen feiner und haben mehr Bums. Ob die Teile aber wirklich wassersparen, habe ich getestet. Bei dem Teil aus der Werbung ist die Vase nach ungefähr 20 Sekunden voll. Und bei einer ganz normalen Dusche ist sie deutlich schneller voll. Wassersparen kann sie also wirklich, der Rest ist Geschmackssache. Den Link zum Duschkopf findest du direkt in meinem Profil.